Hallo meine Freunde, ihr schaut MoFanWR. Ich bin MoTensen und das hier ist endlich das Video für die PlayStation 2 Releases im Monat Dezember. Genau, diesen Monat knallt es ganz schön, Leute. Ich warte eigentlich immer bis auf den letzten Drücker, um dieses Video zu machen, weil wir regelmäßig noch Releases nachgeliefert bekommen. Gestern und vorgestern haben sich noch Sachen ergeben, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das Video erst heute mache. Die kommen jetzt nämlich noch mit rein. Nein, unter diesem Video, der erste Kommentar wird von mir sein und da ist nochmal die Liste mit allen Titeln, die im Dezember erscheinen. Aber im Gegensatz zu diesem Video, das ich später nicht mehr ändern kann, kann ich in die Liste noch weiter Sachen reinschreiben und ergänzen. Und das werde ich auch tun bis zum Ende des Monats. Falls da noch was zusätzlich kommt, dann wird das immer da eingetragen. Kommt also gerne zu diesem Video immer zurück. Es ist eine Enzyklopädie, so wie in jedes meiner monatlichen Release-Videos. Ihr könnt, wenn ihr in 10 Jahren danach guckt, immer genau sagen, ah, die Titel kamen da raus. Mensch, Mut Hensen, der hat das immer fleißig nachgetragen. Guter Mann. Ich habe so ein bisschen 2017-Vibes gerade, ja. Ende 2017 kamen für die PlayStation VR 1 so Sachen wie Skyrim VR raus und wirklich abgefahrene Titel, die lange, lange Spaß gemacht haben. Und so wird es auch diesen Monat sein. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal angeguckt und rein. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Bevor wir zu den eigentlichen Titeln kommen, noch ein kleiner Nachtrag. Es gibt einen riesen DLC für Green Hell VR. Der nennt sich Spirits of Amazon, ja, und ist umsonst. Und der Witz ist aber, das ist kein kleiner DLC, sondern der verdoppelt im Prinzip die Spielzeit, die man in diesem ziemlich coolen Survival Game hat. Ja, mir hat das richtig gut gefallen. Ich fand auch die Grafik toll. Die Auflösung war nicht so hoch, aber das wollten die Entwickler eigentlich nochmal anpacken. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen schon gemacht haben. Dieser DLC ist auf jeden Fall inzwischen da. Und für alle Green Hell VR Fans einfach noch mehr zum Spielen. Was will man mehr? Am 5. Dezember kommt dann schon wieder Arashis Castle of Sin, diesmal aber im Final Cut raus. Wir hatten das schon auf der Playstation 1. Ich habe da ordentlich reingespielt. Fand das eigentlich ganz nett. Ja, ihr seid ein Ninja-Assassin. Habt Rache geschworen. Ihr werdet, ich glaube, sieben Oberbosse killen. Und müsst euch natürlich durch deren Burgen und Verteidigungsmannschaften schnetzeln, um das zu erledigen. Und inhaltlich eigentlich ganz witzig. Ich habe sogar einen Wolf oder einen Wolfshund, der euch begleitet. Also vieles richtig gemacht. Die Exekution, also die Ausführung war allerdings so okayisch. Die Gegner waren nicht ganz so clever und so weiter. Diesmal vollkommen überarbeitet. Kommt es auf die Playstation 2 zurück? Ich bin gespannt. Ich hatte noch keine Gelegenheit reinzugucken. Und mal ohne Scheiß. Wer von uns möchte nicht schon immer ein Ninja sein? Hä? Und jetzt wird es interessant. Am 7.12. kommt Arizona Sunshine 2 raus. Dachten wir bisher. Das ist auch der offizielle Release-Termin. Allerdings sieht es so aus, dass Vorbesteller schon ab dem 5. spielen können. Und nicht nur die Deluxe-Packungsleute, sondern scheinbar alle. Guckt da nochmal genau nach. Es kann sein, dass ihr schon zwei Tage früher dran gehen könnt. Und ich habe das tatsächlich in der letzten Woche durchgesuchtet, das Ding, um euch ein Review zu machen. Noch stehe ich unter NDA und darf offiziell nichts sagen. Aber seht ihr vielleicht in meinem Gesicht? Ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich echt happy bin. Sowohl technisch als auch inhaltlich habe ich eine Menge Freude empfunden. Warum und wie genau seht ihr dann in meinem Review? Das kommt noch, bevor der Titel offiziell rauskommt. Also kein Stress. Direkt einen Tag danach, am 8., wissen wir jetzt, seit kurzem kommt auch Ancient Dungeon. Und das ist ein weiterer VR-Titel, den ich absolut bemerkenswert finde. Lasst euch von der Optik nicht täuschen. Das Teil sieht halt aus wie Minecraft, mit so fetter Pixel-Voxel-Grafik. Ich liebe so einen Style, vielleicht nicht jeder, aber was viel wichtiger ist. Es ist eins der Spiele, man kann es immer so schlecht beschreiben, dass sich einfach richtig anfühlt. Ihr seid da drin und es fühlt sich wahnsinnig immersiv und toll an, trotz der einfachen und liebenswerten Grafik. Alles andere ist fantastisch. Es ist ein Rook-Like und ihr fightet euch da immer tiefer durch die Dungeons, so wie man das erwartet. Nur halt in richtig geil. Tatsächlich bekommt das Spiel früher oder später auch noch einen Koop-Modus. Man wird dann mit bis zu drei Leuten drin abhängen können. Und das wird auch nochmal ein Riesenspaß. Leider zwischen All-Songer-Sunshine und dem nächsten Titel sind die ein bisschen eingeklemmt mit dem Release. Aber vergesst den bitte nicht, ist ein richtig gutes Spiel. Und von einem deutschen Entwickler. Sehr netter junger Mann. Ich habe es schon fast ein bisschen verraten, am 08.12. wissen wir jetzt auch seit kurzem, kommt dann tatsächlich der kostenlose VR-Mode für Resident Evil 4. Das fette AAA-Remake aus dem Jahr 2023. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Sony sagte Winter und sie meinten jetzt. Großartig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so früh rauskommt. Und das wird natürlich Irrsinn. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich Resident Evil 8 NVR komplett durchgespielt habe. Und das war ein grandioses Ergebnis. Ich erwarte einfach von Resident Evil 4, dass es noch viel geiler wird. Ohne Scheiß. Legt schon mal ein paar Groschen zurück, falls ihr Resident Evil 4 noch nicht gekauft habt. Das kostenlose Update lädt man dann wieder als DLC runter. Zum Jahresende nochmal ein richtig fetter AAA-Titel für The PlayStation 2. Geile Sache. Wenn euch das alles noch nicht genug ist, kommt am 12. Vertigo 2 raus. Ziemlich großer Titel, der schon auf dem PC VR für Furore gesorgt hat. Ja, da sind alle sehr begeistert gewesen. Ich habe mich damit noch nicht sehr auseinandergesetzt, weil ich mich überraschen lassen wollte, wenn es dann so weit ist. Ich erwarte aber auch was richtig Nettes. Werden wir dann einfach ausführen, wenn es Teil am 12. dann auf unseren PlayStation VR 2 Displays flimmert. Für alle Leute, die nichts weiter wollen, als sich gruseln und erschrecken. Ehrlich mal Leute, wer will das? Ich verstehe es nicht. Gibt es Five Nights at Freddy's und zwar den zweiten Teil. Witzigerweise ist letzte Woche auch der erste Teil nochmal rausgekommen für The PlayStation VR 2. Man hat jetzt also beide Teile dann ab dem 14. Man kann sich einfach zu Tode gruseln. Tolle Geschichte. Normalerweise sollte am 14. auch Bulletstorm VR rauskommen. Ein weiterer AAA-Titel mit offiziellem VR-Mode. Aber das wurde ja auf den 18. Januar verlegt. Da müssen wir uns also noch einen Monat gedulden. Ich glaube, das ist aber machbar, denn die anderen Sachen muss man erstmal durchgeschafft haben, die da auch noch kamen. Ebenfalls am 14.12. kommt dann Not4Broadcast VR. Not4Broadcast übernimmt das Gameplay, die Story und den fesselnden schwarzen Humor des preisgekrönten FMV-Abenteuers und bringt dich der Welt der Nachrichten näher als je zuvor. Du erhältst den vollen Eindruck in die gesamte Nachrichtenredaktion, kannst mit einer Ausrüstung interagieren und alles schlagen, ohrfeigen und anfassen, was sich zwischen dich und die Wahrheit stellen will. Hm, eher lustig. Lassen wir uns mal überraschen. Ich kann mir darunter jetzt noch gar nichts vorstellen. Falls ihr das auch nicht könnt und auch nicht wollt, dann könnt ihr einfach wiederum am nächsten Tag, am 15.12. mal in Towers of Powers reingucken. Wenn ich mir alles angucke, was ich dazu an Informationen sehe, scheint es so eine Art Aufbaustrategie Tower Defense zu sein. Und was mich aber besonders beeindruckt hat, ist ein Kommentar in der offiziellen Beschreibung im Playstation Store. Spiele stehend oder sitzend, alleine oder mit deiner Katze neben dir. Das steht da wirklich. Wie geil ist das denn? Nach dieser Tower Defense Erfahrung wird es dann wieder actionmäßig mit Tiger Blade VR. Das wurde ja vom November jetzt in den Dezember verschoben. Es sah eigentlich auch ganz nett aus nach so einem Arcadigen Slash- und Shoot-Titel. Ich nehme an, das wird so ein bisschen ähnlich sein wie so ein VR Brigade. Ist aber nur eine Annahme. Aus den Videos sieht man halt, was passiert, aber nicht so richtig, wie es sich anfühlt. Könnte auch noch ein ganz süßes Ding sein. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich noch das übrig gebliebene Breachers. Breachers sollte eigentlich im November rauskommen. Hat es nicht geschafft. Wird jetzt aber mit ziemlicher Sicherheit im Dezember rauskommen. Darüber habe ich schon viel erzählt. Es ist ein richtig guter Tactical Shooter. Echte Konkurrenz für Firewall Ultra. Nur, dass es hier nicht Nacht ist. Man spielt tagsüber und hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann sich irgendwie an Häusern abseilen und mit Sprengen Schaumstoff durch Wände ballern. Und der Titel ist richtig gut. Das kommt jetzt aber halt von den mobilen Plattformen und hat deswegen eine aufgebohrte Grafik auf der PlayStation VR 2. Aber am Ende des Tages kommt es da halt natürlich auf das Spiel an sich an. Und das weiß bisher auf den anderen Plattformen schon viele, viele Menschen zu begeistern. Auch noch ein Multiplayer-Shooter für PlayStation VR 2. Schönes Ding. Damit sind wir eigentlich jetzt mit allem offiziellen durch. Es gibt auch noch eine gewisse Chance, dass das gute Among Us in diesem Monat rauskommt. Aber dafür gibt es kein offizielles Datum. Nur hartnäckige Gerüchte. Wir haben auch Ultra Wings 2, ja, diesen kleinen Flugsimulator, der eigentlich jetzt auch schon die ganze Zeit an die Tür klopft, gerüchtemäßig. Und von Entwicklerseite her könnte auch noch im Dezember rausploppen. Und es gibt auch noch eine ganz schwache Chance für Ace of Thunder. Ja, ich meine zumindest am Ende des Monats, so ab 22. haben wir noch ein paar Plätze zu vergeben. Also, Kinder, reiht euch da ein. Was soll's? Kann man machen? Und Ace of Thunder entpuppt sich ja auch als immer komplexerer Flugi-Multiplayer-Simulator mit ziemlich guter Grafik, was wir da bisher gesehen haben. Da kann man echt gespannt drauf sein. Und jetzt bin ich gespannt drauf, was ihr zu den ganzen Titeln sagt. Feiert das mal bitte in den Kommentaren ab. Ich würde mich echt freuen, da eine Menge von euch zu lesen. Ich freue mich natürlich auch über ein kleines Däunchen auf diesem Video. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Denn noch sind dieses Jahr ein paar kostenlose Abos frei. Ab nächstem Jahr weiß ich nicht, ob ich das noch genauso handhaben werde. Hm, so schaut's aus. Bis dann. Zum modernsten MoFanWR. Immer für euch da. Bye-bye. MoFanWR ist Mo. Der Best ist Mo. Der Best ist Mo. Der Best ist Mo. Tänzen MoFanWR. MoFanWR. pt- Vielen Dank.